Sucht wer top ausgestattete Hütten in einem schneesicheren Skigebiet? Der ist in der Hagen Lodge ganz sicher richtig. Die Hütten auf der Sandlingseite stehen mitten in der Piste. Links die Abfahrt für die Großen und Schnellen, rechts das Kinderland mit Zauberteppich und zwei Lichten. Auf der Loserseite, direkt hinter der gemütlichen Alpenstuben, finden sich die anderen Hütten mit direkten Anschluss an die Piste. Wer in der Alpenstuben länger hängen geblieben ist, kann also vom Einkehrschwung schnell heimkehren. Da geht jedem Genussmenschen das Herz auf. Wertige Einrichtung, schöne Details, optimale Raumaufteilung und sogar ein eigener Skistall. Wer nach einem traumhaften Skitag am Loser noch etwas Wellness sucht, der relaxt am besten in der eigenen Sauna. Im oberen Stock befinden sich noch einige Schlafzimmer und ein Bad. Ebenso hochwertig eingerichtet und die Bäder haben Fußbodenheizung. In großen Zimmern gibt es eine Couch mit Ausziehbett und viel Stauraum aus Massivholz. Der Skitag kann beginnen, die Sonne kraxelt hinter dem Loser vor und los geht's. Ihr könnt hier auf der Sandlingsseite mit einem Lift gleich mehrere Pisten befahren oder zur Loserseite wechseln. Neben dem klassischen Skifahren ist die Gegend ideal für Skitouren oder Langlaufen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ihr scheint ständig was los zu sein. An diesem Wochenende war ein Freestyle-Wettbewerb und danach das Fast-Tauben-Rennen auf der Loserhütte. Wahnsinn! Der Skitag? Ein? Ein? Gravend. Was ist das?